Hallo zusammen, Thomas hier. Bildbearbeitung ist ja vielfach auch Farbbearbeitung und deswegen soll es heute mal um die Bildbearbeitung, speziell um die Farbbearbeitung von Fotos gehen, speziell von einem Foto, das ich jetzt als Beispiel rausgesucht habe. Und gerade wenn ihr auch mit Lumina arbeitet, dann wisst ihr das natürlich, da gibt es sehr viele verschiedene Werkzeuge, mit denen die Farbe in einem Foto bearbeitet werden kann. Das kann schon durchaus ein wenig verwirrend wirken, zumal, das sei schon mal vorab ergänzt, einige der Werkzeuge durchaus ähnliche Ergebnisse liefern können. Nicht müssen, aber können. Das hängt natürlich immer auch vom jeweiligen Foto und von den jeweiligen Farben und der Farbgebung ab. Und natürlich auch von dem, was ihr erzählen wollt. Deswegen stelle ich euch heute mal die fünf Farbbearbeitungswerkzeuge in Lumina vor, mit denen ich eigentlich immer arbeite. Nicht immer mit einem gleichzeitig. Hängt natürlich auch mal sehr stark von dem jeweiligen Foto ab und was ich da erzählen will. Aber das sind so die fünf, auf die ich eigentlich immer zurückgreife, wenn es bei mir darum geht, ein Foto farbig auszuprägen, farbig Bild zu bearbeiten. Schönes Wort. Noch ein Hinweis für alle Meckerfritzen und Meckertanten vorab. Bei dem Foto und bei der Bildbearbeitung heute geht es nicht um die perfekte Bildbearbeitung für den finalen Druck. Zumal, dass auf den vielen verschiedenen Medien, auf denen YouTube-Videos geguckt werden, die Farbgebung auch ganz unterschiedlich ist. Ich mache das heute sicherlich relativ plakativ, denn mir geht es darum, dass das augenfällig ist, damit ihr seht, was machen die verschiedenen Werkzeuge. Die Aufnahme wird wahrscheinlich zum Schluss ein bisschen zu bunt. Das aber, wie gesagt, ist ein didaktischer Effekt, den ich ganz bewusst erzielen will. So, und jetzt gucken wir uns mal an, an der Aufnahme, die ich rausgesucht habe, welche fünf Regler aus meiner Sicht wirklich klasse in Lumina sind zur Bildbearbeitung. Die interaktiven Workshops der RAW-Akademie sind euer Privatlehrer für Fotografie und Bildbearbeitung. Sie sind genau auf euch zugeschnitten. Denn schon vor dem Workshop legen wir gemeinsam mit euch fest, was und wie ihr lernen wollt. Und wir arbeiten bevorzugt mit eurem Bildmaterial. Alle Infos zu unseren Workshops über den Link in der Videobeschreibung. Das Foto, was ich rausgesucht habe, ist sicherlich prädestiniert wie wenige andere, um alle fünf Farbwerkzeuge, die ich euch heute zeigen möchte, vorzustellen. Denn das ist eine Aufnahme, die habe ich gemacht letztes Jahr im Herbst in Nordschweden, in schwedisch Lappland. Und alle diejenigen von euch, die schon mal in Schweden waren, im Herbst, insbesondere auch in Nordschweden, die wissen, dass die gesamte Landschaft, gerade wenn auch jetzt so mit blauem Himmel und die Sonne auch scheint und zumindest sichtbar ist, die ganze Landschaft leuchtet. Und zwar richtig bunt. Also ist das eine Aufnahme, die darf ruhig ein bisschen Farbe vertragen. Und deswegen, finde ich, ist die auch besonders gut geeignet, um die Farbwerkzeuge, die fünf, um die es heute geht, vorzustellen. So, und dann seht ihr anhand der Einstellung, weil wesentlich ist, dass ich schon ein paar grundlegende Dinge gemacht habe, mit denen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen wollen. Also ich habe schlicht und ergreifend die Helligkeit ein bisschen angepasst. Sehr minimal, wie ich gerade sehe. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen heller machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. So hell war es auch nicht mehr. Es war schon gegen Abend. So, dann 0,4. Und natürlich habe ich den X&A-Filter schon mal ein bisschen reingepackt, damit der Kontrast ein bisschen kräftiger ist. Und ich habe die Aufnahme schon mal geschärft. So, das sind so die Dinge, die ich jetzt schon mal gemacht habe. Und damit wir uns jetzt voll und ganz der Farbbearbeitung widmen können, gucken wir uns schon mal an. So sah die Aufnahme vorher aus. Und jetzt ist es ein bisschen knackiger, ein bisschen heller geworden, nachdem ich die grundlegenden Einstellungen gemacht habe. So, und die fünf Farbwerkzeuge, gucken wir uns die ganz kurz mal an. Sind einmal Farbe. Der Landscape Enhancer, von dem ich hoffe, dass er noch mal eines Tages ins Deutsche übersetzt wird. Und also der Landschaftsverstärker, den werden wir uns gleich angucken. Und die drei bei den professionellen Werkzeugen, die drei letzten, die Farbverbesserung, den Fotofilter und die Teiltonung. Das sei gleich ergänzt, dass insbesondere der Fotofilter, die Teiltonung und der Landscape Enhancer für die goldene Stunde ähnliche Effekte erzielen können. Aber das muss nicht für jede Aufnahme gelten. Wir gucken uns auf jeden Fall alle Werkzeuge an. Wir fangen mal an mit dem einfachsten, mit dem Standardwerkzeug, wo wir Sättigung und Dynamik anpassen können. Dann noch der Hinweis, es wäre schön, wenn Dynamik oben wäre. Denn Dynamik sorgt dafür, dass weniger gesättigte Farben intensiviert werden. Und die bereits gesättigten werden weitestgehend außen vor gelassen. Und Sättigung ist das vollkommen schnurz. Sättigung macht alles gleichermaßen kräftiger bunt. Und insofern ist der Dynamikregler eigentlich der, den man immer zuerst verwenden sollte und danach den Sättigungsregler. Deswegen wäre es eigentlich schöner, wenn die beiden umgedreht wären. Deswegen also da ganz wichtig, immer erst den unteren Illumina und dann Sättigung. So, dann schauen wir mal. Dann gehe ich mal mit der Dynamik ein bisschen hoch. Und ihr seht, die Farben werden schon, die Aufnahme wird auch ein bisschen heller, aber die Farben werden vor allen Dingen auch etwas kräftiger. Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen mal so auf 40. Und mit der Sättigung, da darf es auch noch für meinen Geschmack ein bisschen mehr sein, gehe ich auch noch höher. In dem Fall sogar relativ hoch, weil Sättigung ist ein Wert, mit dem ich sonst sehr vorsichtig bin. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Also auf jeden Fall ist die Aufnahme bunter. Und ich finde, sie hat auch schon diesen ersten herbstlichen Touch. Hier und da, dieses gelbe Laub. Das war jetzt noch relativ früh im September, wo es gerade anfing mit der Laubfärbung. Das kommt auf jeden Fall schon mal ganz gut durch. Wenn wir einfach schauen, vorher, nachher. Also da hat sich jetzt alleine durch diese beiden Standardregler schon wahnsinnig viel getan in der Aufnahme. Und damit sind wir an der Stelle auch fürs Erste schon mal fertig. Was ihr natürlich auch machen könntet, wenn hier ein Farbstich drin wäre, könntet ihr den entfernen und ähnliche Dinge. Brauchen wir aber jetzt an der Stelle nicht. Auch die erweiterten Einstellungen brauchen wir jetzt auch nicht. Denn ich bin mit den Farbwerten so erstmal ganz zufrieden. Dann, ich habe es gerade angesprochen, kommt der Landschaftsverstärkungsfilter. Der Landscape Enhancer und der hat prinzipiell drei Regler. Mit dem können wir Dunst entfernen, war in der Aufnahme keinen drin. Brauche ich nicht. Grünverbesserung, gucken wir gleich mal. Denn die Grünverbesserung ist nicht nur für das Grün. Der heißt im Englischen heißt er Foliage Enhancer. Also Laub verstärken ist eigentlich der bessere Begriff, denn wir werden gleich sehen, dass wir mit der Grünverbesserung nicht nur Grün verbessern können. Ich fange aber mal mit der goldenen Stunde an, denn ich habe es, glaube ich, schon gerade angesprochen. Das war eine Aufnahme, die war so eher am späteren Nachmittag. Dementsprechend möchte ich die Aufnahme schon mal so ein bisschen so etwas Abendliches, Warmes mitgeben. Und dann gehe ich mit der goldenen Stunde mal ein bisschen hoch. Ihr seht, das Ganze wird ein bisschen warmtoniger. Und dann gehe ich mal so auf einen Wert von 36. Schalten wir den mal aus. Schauen wir mal. Das ist noch relativ dezent und das soll ja auch an der Stelle nicht so quietschig sein. Denn ich habe ja gleich noch ein paar andere Regler, die machen das Ganze schon noch bunter, als das eigentlich wollen. Wenn wir den volle Puller reinhauen, dann sieht das Ganze so aus. Gut, also bleiben wir jetzt mal hier so bei 38, was hatte ich gerade? 38, 39, 40, sowas in der Größenordnung. Ich habe gerade gesagt, die Grünverbesserung dient nicht nur zum Verbessern der Grüntöne von Laub, denn wir haben hier unter den erweiterten Einstellungen, scheinbar, dass man den da versteckt hat, hätte man eigentlich auch noch gleich stehen lassen können, damit man den Zusammenhang sieht, haben wir die Möglichkeit, die Laubfarbe in ihrer Tonwertausprägung nämlich zu ändern. Wenn ich nämlich jetzt mal hier mit der Grünverbesserung ganz bewusst so hochgehe, dass das nicht gut aussieht, ein bisschen zu grün, dann seht ihr, wenn ich jetzt hier auf die warmtonigen Farben gehe, wird das Ganze plötzlich braun oder bräunlicher zumindest. Also wenn ich jetzt damit ein bisschen raufgehe, kriege ich das Ganze eher eine weniger grüne Färbung, als wenn ich dahin gehe. Dann wird es ein bisschen quietschig, das will, glaube ich, keiner. Also damit könnte ich auch noch die bräunlichen Farbtöne oder das Grün ein bisschen abmildern. Aber wir lassen das jetzt mal so, wie es ist mit der Grünverbesserung. Das, finde ich, reicht bei der Aufnahme erstmal. Aber damit ihr schon mal wisst, hier habt ihr auf jeden Fall noch ergänzende Möglichkeiten. So, damit sind wir für die beiden Regler an der Stelle nach meinem Geschmack erstmal fertig. Und dann gehen wir schon mal gleich zu den professionellen Werkzeugen. Und zwar, ich habe es gerade gesagt, zu den letzten dreien, die wir an der Stelle noch haben. Fangen wir an, auch von oben nach unten. Da vielleicht noch der Hinweis, ihr müsst natürlich nicht genau diese Reihenfolge einhalten, denn wenn ihr regelmäßig mit Lumina arbeitet, werdet ihr irgendwann feststellen, dass das ein oder andere Werkzeug vielleicht besser geeignet ist für das, was ihr tun wollt. Und es ist vollkommen egal, mit welchem Werkzeug ihr anfängt und welches ihr als letztes nehmt. Alles ist nondestruktiv. Ihr könnt also jederzeit jede Veränderung wieder zurücknehmen. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es vollkommen schnurz, welchen Filter ihr zu welchem Zeitpunkt anwendet. Farbverbesserung. Da haben wir einen sehr schönen Regler und der heißt Glanz. Und der Glanz macht genau das, wofür er steht. Er lässt die Farben leuchten. Und genau das ist natürlich im Herbst bei so einer Lichtsituation auch der Fall. Und dementsprechend werde ich den ganzen Glanz der Aufnahmen. Ihr seht das, die ganze Landschaft fängt an zu leuchten. Natürlich ist es so ein bisschen sehr über. Das ist zu überüber. Das ist jetzt ein bisschen sehr bunt. Aber ich benutze die Regler immer gerne auch im Extrem, um zu gucken, wie weit kann man es ausreizen. So eine Größenordnung, die mir im ersten Schritt ganz gut gefällt, wäre hier so um die 30. Denn es ist tatsächlich so in Lapland, das Rot und die Brauntöne sind wirklich sehr intensiv, sodass das dem Ganzen schon durchaus nahe kommt. Im Ganzen, ich habe es gerade gesagt, ist die Aufnahme jetzt eigentlich schon fast ein bisschen zu bunt. Aber wir können ja nachher nochmal wieder zurückregeln. Also Glanz haben wir drin. Was ich aber ändern möchte, ich möchte auch hier die Farben mehr ins bräunliche, ins warmtonige verschieben. So, dann sehen wir nämlich, dass das Ganze ein bisschen wärmer wird. Hier wird man es kühler machen und hier machen wir es dementsprechend ein bisschen wärmer. So um die irgendwas 30. Es gibt noch einen weiteren Regler, der hier an der Stelle relativ spannend ist und das ist der Farbkontrast. Und ihr seht das, ihr könnt nämlich dann den Kontrast zwischen den gesättigteren Farben und den weniger gesättigten Farben nochmal verstärken. Und damit könnt ihr diesen Glanz auch nochmal verstärken. Aber das sind alles Regler, mit denen muss man sehr vorsichtig sein, damit man nämlich nicht wirklich extreme Effekte erzielt aus meinen Bilders. Also jetzt in dem Fall würde ich ihn erstmal weglassen, weil ich finde mit Glanz haben wir schon eigentlich das erreicht, was ich der Aufnahme mitgeben wollte. Nämlich dieses Leuchtende der Herbstfarben in Nordschweden. Zudem könnt ihr auch die Farbtemperatur unterschiedlich bearbeiten. Ihr könnt also die warmen und die eher kühlen Farbtöne nochmal verstärken oder abschwächen, je nachdem wie das eben notwendig ist. Auch hier würde ich mit der Stelle nichts machen, denn ich finde das passt erstmal so ganz gut. Aber ihr habt hier auf jeden Fall weitere Werkzeuge an der Hand, mit denen ihr weitergehend steuernd in eure Farbgebung eingreifen könnt. Der nächste Filter ist der Fotofilter und der Fotofilter ahmt so die analogen Filter aus früherer Zeit nach, mit denen man dann bestimmte Farbgebungen einer Aufnahme mitnehmen konnte. Und ihr könnt dementsprechend auch hier den Farbton auswählen, die Sättigung und dann die Stärke. Ich gehe mal mit der Stärke hoch, damit wir auch sehen, was da passiert. Der steht jetzt auf einem Rotton, also wird die Aufnahme jetzt ganz rot. Gehe ich auf den Blauton, wird die Aufnahme natürlich jetzt sehr kühlblau. Also ihr habt schon eine Idee, was man damit machen kann. Den Fotofilter an der Stelle würde ich, wenn ich ihn verwende, in dem Fall nutzen, um der Aufnahme, wie wir es eben bei der goldenen Stunde gemacht haben, auch nochmal so ein bisschen mehr Warmtoniges mitzugeben. Und dementsprechend kommt der Fotofilter, ich mache den erstmal ein bisschen intensiver, auf Stärke 23. Und dann gehen wir mal auf den Farbton, ne, da bin ich schon zu weit, 36, 37, 38, sowas in der Art. Das ist auch so ein etwas wärmeres Braun. Und jetzt gucken wir mal, wie wir mit der Stärke arbeiten können. Wir haben ja schon ein bisschen was an mit der goldenen Stunde gemacht. Jetzt gucke ich mal, wie ihr seht, vor allen Dingen hier hinten wird das Blau abgemildert. Das finde ich eigentlich sehr angenehm, dann brauche ich nicht auch nochmal extra selektiv eingreifen, sodass also hinten dieses sehr Blau am Horizont ein bisschen abgemildert wird. Ich muss sagen, das gefällt mir so ganz gut. Schalten wir den mal aus, schalten wir ihn wieder ein. Das Ganze wird schön wärmer. Prima, gut, das an der Stelle. Und dann kommen wir schon zum letzten Filter, und zwar zur Teiltonung. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilter, um Aufnahmen das mitzugeben, was wir jetzt schon bereits gemacht haben, um den Aufnahmen einen gewissen warmen Ton mitzugeben. Beispielsweise in Lightroom ist das eigentlich mein Standardfilter, um Aufnahmen so eine abendliche Stimmung mitzugeben. In Lumina haben wir gerade gesehen, haben wir ja schon mit der goldenen Stunde einen entsprechenden Filter. Trotzdem zeige ich euch den auch nochmal, denn im Gegensatz zu dem Filter goldenen Stunde, wo wir die ganze Aufnahme oder auch gerade mit dem Fotofilter, wo wir die ganze Aufnahme erstmal flächendeckend mit einem gewissen Farbton versehen oder den darüber legen, könnt ihr bei der Teiltonung trennen zwischen dem Farbton der Lichter und dem Farbton der Schatten. In dem Fall mache ich es für beide Bereiche, Lichter und Schatten, gleich, denn auch hier möchte ich der Aufnahme in Summe einen wärmeren Farbton mitgeben. Und der Farbton, mit dem ich arbeite, das ist der, den wir gerade auch schon gesehen haben. Das ist bei mir der Farbton 37, deswegen gebe ich den fest ein. Für alle, die mit Lightroom ergänzend arbeiten, das sind im Übrigen exakt die gleichen Farbwerte. Wenn ihr hier in Lightroom 37 für die Lichter und den Schatten eingebt, bekommt ihr genau das gleiche Ergebnis. Also es ist so ein dezenter, warmer Braunton und ich regele jetzt mal die Sättigung entsprechend noch rein, damit das Ganze, ihr seht das jetzt, wenn man das reinregelt, wie dann der Farbton ausgeprägt wird. Da gehe ich mal den Lichtern, gehe ich mal so hierhin etwa, oft um die 20. Und bei den Schatten ist ja eigentlich alles schon relativ warm, da brauche ich nicht mehr ganz so viel. Da gehe ich mal so hier auf um die 10. So, und jetzt muss ich sagen, leuchtet meine Aufnahme in Summe mit den Herbstfarben in Nordschweden, Schwedisch-Lappland genau so, wie ich es gesehen habe oder meinetwegen auch, wie ich es gerne ausgeprägt haben wollte. Also es ist wirklich so, dass die Landschaft da oben wirklich richtig leuchtet. Und das ist genau das, was wir jetzt eben mit den fünf Filtern hingebracht haben. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an, wie die Aufnahme aussah vorher. Vor der Bearbeitung kam sie relativ flach aus der Kamera und jetzt haben wir diese leuchtende nordschwedische Herbstlandschaft. Und ich habe gerade noch einen Aspekt angesprochen, wenn das Ganze zu über geworden ist, also zu intensiv, dann spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, gewisse Regler wieder in ihrer Intensität runterzunehmen. Beispielsweise, indem ich jetzt die Farbsättigung wieder rausnehme, wenn mir das zu viel geworden ist. Wobei an der Stelle muss ich sagen, mag ich es ganz gerne. Und ich habe es ja auch gerade gesagt, hier im Video geht es ja auch darum, um euch sicherlich auch ein bisschen plakativer zu zeigen, was denn so die Regler im Einzelnen machen. Also, ich würde sagen, lassen wir die Farbe an der Stelle erstmal drin. Und dann gibt es noch einen letzten Filter, der nichts mit der Farbverbesserung oder mit der Farbearbeitung zu tun hat, der aber zumindest bei der Aufnahme und auch vielleicht auch bei anderen Landschaftsaufnahmen relativ gut passt. Und das ist der, ein Filter, den finden wir bei den Porträtfiltern, das ist der Orton-Effekt. So ein leuchtverträumtes Etwas mitgeben. Ich mache den jetzt auch mal ganz bewusst extrem. Dann seht ihr, dann wird das Ganze sehr weich, kriegt so einen Schein. Aber das muss man natürlich nicht so intensiv machen. Man kann das auch ein bisschen so reinregeln. Dann geht das Ganze letztendlich so aus. Gucken wir mal vorher, nachher. Das ist also jetzt schön knackscharf, so wie ich es in den Details vorhin schon eingestellt habe. Kann man vielleicht in der Größe Aufnahme dem Ganzen noch ein bisschen mehr mitgeben, um das Ganze noch so ein bisschen verträumter, noch so ein bisschen, ich würde mal sagen, fast mystischer zu machen. Also, Orton-Effekt ist durchaus ein Effekt, der auch für die Landschaftsfotografie geeignet ist. Wenngleich er natürlich mit der Farbverbesserung, Farbbearbeitung nicht zwingend was zu tun hat. Mit den fünf Werkzeugen, die wir uns jetzt gemeinsam angeguckt haben, habt ihr in jedem Fall ein hervorragendes Werkzeugset bei der Hand, um in Luminar eure Fotos farbig perfekt auf den Punkt zu bringen, farbig perfekt auszuprägen.